So, willkommen zurück zu LP MindCraft. Weil hier das Lager ist, werde ich hier jetzt so zwei Blöcke nach oben bauen, ja. Och ey, also Touch-Günstlerung ist wirklich für den Stewie, Alter. Den Boden und Arschbengel! Oh, ich hab ja keinen Bock, ey. Bis zum Beispiel muss ich mich hier hoch. Seid doch froh, dass es überhaupt einen Eingriff für Smartphones geht, Mensch. Ja. Ist irgendwelche Typen gesagt zu mir. Bin ich auch froh drüber, aber... Trotzdem hätte man für Smartphones auch so eine Controller erfinden können, die... Meiner Wegen per... 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 Ähm... Wie hieß das? Per Spot sind ja... Ist ja nicht Ramses oder nicht, ja. Ich hab nicht ewig, seit mir so wenig System-Platten-Speicher. Ja, die wollen auch, dass ich mich stundenlang... stundenlang verbauen tue, ja. Schon kurz, ja. So. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Und die Musik, Alter. Hey! Damit würd ich so schön zum Massaker reden. Ja? Passt doch perfekt dazu. Kai und ich so schön zum Massaker, ja. Okay. Und jetzt der schönste Massaker. So. So. Okay. So, hier müssen wir noch rausbauen. Wir brauchen jetzt mal Tische und Bänke und sonst was und bläbläbläbläblä. Ja. Hm. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ja. Holz. Haben wir denn noch Holz? Hier haben wir. So, dann machen wir... immer noch Zwiebeln. Sechs. Hier ist die Kristalle, ey. Bang, ey. Zwiebeln. 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 Ich will nichts machen zur Stufen. Drei. So. Auch wenn die gehen abhauen würden, denn... Weil ich wollte da ein bisschen negativ noch rum am Dach bauen, ja. Dass es ein bisschen einfach aussieht. O-Modell hat bei mir lassen. Mit dem weCan mal heimlich jens ab. O-Modell hat denn zu Stufen, ja. Und der Chai ist teilweise Kilometer weit entfernt. Ja. Auch ein Spectator kann ich mal treiben. Auch ich kann das. Wie kann ich das nicht gegenseitig hören, ja. So, ein sechster. So. Alles klar. Ja, Gott. So, kann man eh selten. Ja, wir müssen dann nichts mehr machen. So, dann machen wir uns noch. Aus dem Rest geht das. Ja, ich habe noch genügend, weil dann könnte ich da was. So. Okay. Dann brauchen wir noch Zäune. Dann brauchen wir Tropenzaun. Dann brauchen wir noch Stühle. Und Druckplatten. Für die... So. So. So haben wir. Obwohl, wir können hier auch für die luxuriösen Leute meinen Luxustisch machen. Geht hier auch. Seht hier. Ne, der sieht mir schon blöd aus. Warte. Warte. So, jetzt. Hey, da hängt jetzt wieder ein toller Handy wahrscheinlich auf. Weil das wieder ist, ja. Und dieses Scrolling ist doch wirklich der größte Dreck, ey. Ich will doch nur ein paar Druckplatten haben. Macht's mir doch nicht immer schwerer als das, ey. Oder ist das Elementar voll? Im Winter ist es voll, natürlich. So. So, okay. Na, heute noch. Scrolling haben sie so auf Scheiße macht, ey. So. Knäpfel können auch lange Weide nehmen zur Dekoration. Stimmt, wir brauchen noch einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Also brauchen wir zwei Eisen. Eine Eisentür und... Zwei Eisenblöcke, ja. Hey, das Scrolling haben sie so auf einen Scheiße gemacht, ey, so. Ist ja... Wie sollen die Zürgen Jürgen? Sodom und Gomorra, ja. So, ein Kessel. Jetzt war Specken. Konfessierer nehmen wir auch mit drin. Hatten wir, ich muss erst mal kurz... Boah, ey. Lidle, 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 ja. So, klar schreiben. So, alles, man soll scheiße klein sein muss. So, wartet, so. Ist ja gut, ich bin noch bin noch nahrgleich durch. So. So. Gut. Und letztes Mal wieder an der Piss Dunkel draußen. Ist ja perfekt, ey. Dunkel wie ohne Pisse, kann man sagen, ja. Ja. Ich meine, eigentlich mag ich ja die Dunkelheit, aber in Minecraft, nee. Ach, ey. Ich bin nicht ein bisschen auf Zeitdruck, ey. Ich bin nicht ein Kötter da, ey. Wie ist denn denn die in der Spitzauk gehen auf die Fresse, ey? Na. So. Okay. Wo ist die scheiß Tür? Hier. Und der Scheiß, der Mentre ist mal schon, ey. Weil so viel, so viel Zeug auf den Dünnerladen brauche ich halt kein Wunder. Ja. Ja. So. Zwei Eisenblöcke für den Kühlschrank. So. Gut. Heik Eisentür, denke ich schon, oder? Ja. Gut. Und der Scheiß-Wolf ist gestorben. Wie denn dat? Ich bin unter Wasser, young. Schöner sind es wie totes. Bitte fällt mir. Ja. Das ist doch toll, 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 tolli, 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 tolli. So. Die Gelblöcke machen wir hier ran. So. Dann machen wir hier oben, was passt da hin? Wie viel Diorid, wie viel da rein haben wir? Eins, zwei. Ja, ein bisschen Boden bauen. Das ist ja auch bei Dünnerladen immer so. Ja. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ja, wir nehmen also ein kleinere, größere Tochter, ich glaube, immer mit Zombies, aber erstmal nicht. Ist er schon, ist er schon, ich sag mal so, ich finde es schon geil, dass ich mit, ohne Schiedspieler, weil er sonst so der Cheater war, aber ja. So. Können wir jetzt hier oben noch so eine Zäune machen. Genügend Holz haben wir ja. Ja. So. Okay. Nach. So. Das ist der Bestelltreten und jetzt kommen wir die anderen Sachen. So, die Laterne machen wir. Machen wir hier hin. Und jetzt wird da mal die Dyson da drinne, ja. Jetzt wird der Laterne als Dekoration. Das Gäune ist sowas von Bullshit, Alter. Ja. Das hat man auf der Wii U viel besser macht. Ja. Na, wo sind die Scheiß-Eisen-Klumpen? Hallo, wollt ihr mich komplettes Ficken oder was? Ja, jetzt kriegst du den Arschweg von Psycho-Andreas. Ja. Jetzt kriegst du den Arschweg von Psycho-Andreas. Ja. So, fucken. So. So, dann brauchen wir noch ein paar. Jetzt müssen wir uns erstmal, irgendwas erstmal entleeren. Jetzt hat die Uhr. Da müssen wir einen Cut machen. Okay.